Herzlich Willkommen zum Weihnachtsdorf 2017 im Freilichtmuseum Roschwerder Hof. Heute ist Freitag, morgen geht's wieder los, die letzten Stände werden aufgebaut und das Wetter ist auch so richtig schön winterlich geworden, genau wie sich's gehört. Hoffentlich bleibt's morgen auch schon. Ja, was gibt's Neues? Viele neue Stände, Glühwein, alles stelle zum Kaufen und für uns aufgrund der politischen Lage ziemlich viele neue Sicherheitsauflagen, die wir beachten müssen und die für uns in der Summe auch nicht teuer sind. Deshalb würden wir Sie bitten, bei unserem Spendenfass im Eingangsbereich ein Euro pro Erwachsene dazulassen. Das würde uns die Möglichkeit geben, diesen Markt auch nächstes Jahr wieder durchzuführen. Hier rein, ein Euro pro Erwachsene, da gibt's auch nächstes Jahr wieder ein Weihnachtsdorf. Dieses Jahr haben wir auch unsere Weihnachtskrippe wieder in der bürgerlichen Wohnkultur aufgebaut. Also, mitkommen! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020